Audio-Technica. Always listening. Die beiden dynamischen Mikrofone Artis Lead 6100 und 4100 zu erkennen an dem roten Rand und auf der rechten Seite das Artis Lead 3300 und 5400 mit dem blauen Rand. Über die beiden reden wir später. Wir fangen mit den beiden dynamischen Mikrofonen an. Dynamische Mikrofone benutzen ein dynamisches Wandlerprinzip, wie das der Name ja schon vermuten lässt. Das heißt, die Membran, die den Schall wandelt in eine Bewegung, ist angeflanscht an einen Magneten, der in einer Spule eintaucht. Deswegen redet man auch oft von einem Tauchspulen-Mikrofon. Und durch diesen Magneten, der sich in einer Spule bewegt, erzeugen wir dann in Induzieren eine Spannung, die wir dann als Signal abgreifen können. Das ist prinzipiell das gleiche Prinzip eines Lautsprechers, nur genau umgekehrt von der Richtung. Und einhergehend mit diesem Wandlerprinzip sind auch die physikalischen Eigenschaften und damit die klanglichen Eigenschaften der dynamischen Mikrofone sehr stark festgelegt. Zum einen ist das, dass die hohen Frequenzen, also sehr schnelle Änderungen von einem dynamischen Mikrofon in der Regel nicht so gut abgebildet werden. Das heißt, dynamische Mikrofone eignen sich hervorragend für den Sprachbereich, sind aber nicht so gut geeignet für sehr hohe Frequenzen im Normalfall. Das gilt freilich auch für diese beiden Kandidaten hier, die natürlich nicht die geborenen Hi-Hat-Mikrofone sind. Dafür sind sie aber auch nicht konzipiert, sondern es sind Gesangsmikrofone für die Bühne, für Live-Sound. Und da ist es insbesondere wichtig, dass das Polardiagramm des Mikrofons, also die Aufnahmecharakteristik, richtig ist. Das ist auch der Hauptunterschied der beiden Mikrofone. Das 4100 ist eine Niere, das heißt, die hat ihre niedrigste Empfindlichkeit genau auf 180 Grad, das heißt, entgegen der Richtung des Mikrofons. Das 6100 hat seine niedrigsten Empfindlichkeiten zu zwei Öffnungen, die unter 123 Grad stehen. Das ist aber nicht das Entscheidende. Entscheidend ist, das 6100 bündelt stärker als Hyperniere. Das heißt, insgesamt nimmt das 6100 viel weniger Raumanteil auf wie das 4100er und ist für extremst laute Bühnen dadurch ein sehr, sehr guter Kandidat, um Feedbacks und Übersprechen zu vermeiden. Hohe Frequenzen, sagt man den dynamischen Mikrofonen nach, können sie halt nicht so gut übertragen. Dafür sagt man dann logischerweise, sind sie in den tiefen Frequenzen gut. Aber auch das ist nicht ganz korrekt, denn aufgrund der Eigenschaft der Membran mit dem höheren Gewicht aufgrund des angeflanschten Magneten ist die Abbildung, das heißt, die zeitliche Abbildung des Signals deutlich schlechter als mit einem Kondensatormikrofon. Schlechter heißt aber nicht in dem Moment klanglich schlechter, sondern es entsteht eine kleine, nennen wir es mal Wabbeligkeit, dass die Membran so ein bisschen nachbewegt. Und dadurch ist die zeitliche Abfolge nicht so exakt, nicht so präzise. Das äußert sich in leichten Verzerrungen, das klingt im ersten Moment sehr schlecht, ist aber de facto ein sehr gewolltes Element, wie wir das auch bei den Verzerrungen von elektrischen Gitarren ja kennen, dass das durchaus gewollte Verzerrungen haben. Und klanglich äußert sich das in solchen Wörtern und Phrasen, dass man sagt, dass ein dynamisches Mikrofon sehr viel Druck hat, sehr fett klingt, sehr voll klingt. Das kommt eben aus diesem Zeitverhalten, dem Einschwingverhalten und dem Ausschwingverhalten von dynamischen Mikrofonen. Für Rock'n'Roll, für Live-Sound ein durchaus gewünschter und ein interessanter Effekt. Kommen wir nun von den beiden dynamischen Mikrofonen zu den beiden Kondensatormikrofonen der Artist Elite Serie. Da wäre zum einen das Artist Elite 3300 und auf der anderen Seite das Artist Elite 5400. Diese beiden unterscheiden sich jetzt nicht in ihrem Polardiagramm, wie das die beiden dynamischen Mikrofonen tun, sondern sie benutzen unterschiedlichste Konstruktionen in ihren Elementen. Das Artist Elite 3300 benutzt zum Beispiel das Element des AT4033 Studi-Mikrofonen. Das ist eine Dreiviertel-Zoll-Elektret-Membran, wohingegen das Artist Elite 5400 eine Ein-Zoll-Großmembran verwendet, ein True-Kondenser, und zwar den gleichen, der auch im AT4050, unserem Flaggschiff-Modell der Studioserie, verbaut wird. Daraus resultiert sich ein tonaler Unterschied der beiden Mikrofone. Das Artist Elite 3300 ist ein bisschen präsenter im Bereich zwischen 3 und 5 Kilohertz, betont diesen Bereich ein bisschen stärker und ist dadurch prädestiniert für Sänger und Sängerinnen, die ein bisschen mehr Druck brauchen und sich mehr durchzusetzen im Bandmix, wohingen das 5400 extremst akkurat und linear sehr präzise abbildet, was es aufnimmt. Diese Präzision ist zugleich auch der Nachteil dieser beiden Mikrofone. Nicht etwa, dass sie keinen Schallpegel abhalten können, das können beide sehr gut, sie gehen bis zu 154 dB SPL ohne weiteres in ihre Kapsel hinein. Nein, es ist vielmehr, dass aufgrund ihrer Eigenschaft, dass sie sehr viel aufnehmen, sie in kleineren Aufbauten, wenn der Sänger oder die Sängerin sehr nah vor dem Schlagzeug steht, zu viel vom Schlagzeug mitbekommt, zum Beispiel von den Becken, von den Hi-Hats, weil eben die Hochtonwiedergabe extremst präzise und empfindlich ist. In solchen Fällen ist manchmal das dynamische Mikrofon das einfachere Mikrofon. Es ist leichter zu handeln, leichter zu separieren von den anderen Geräuschen und Klangquellen auf der Bühne. Soviel erstmal dazu und bevor wir uns das Ganze im Live-Bereich angucken, eine Sache noch zusammenfassend. Alle vier Mikrofone sind gerichtete Mikrofone, Niere bzw. Hyperniere bei dem 6100 und haben damit einen Nahbesprechungseffekt, der mehr oder weniger stark ausgeprägt ist. Den Nahbesprechungseffekt möchte ich hier nicht erklären, das kann man im Internet überall nachlesen. Aber in kurzen Worten zusammengefasst, je näher das Mikrofon an den Mund des Sängers oder der Sängerin kommt, desto mehr wird der tiefe Frequenzbereich überbetont. Das kann man tonal sehr schön einsetzen und das machen auch sehr viele Sänger, um eben diesen Effekt zu erzielen, eine druckvollere Wiedergabe zu haben. Und abschließend noch einen kleinen Blick ins Innere unserer Mikrofone. Und auch hier ist ein kleines Feature, was nicht so offensichtlich ist von außen. Das hier ist Stahl. Da ist kein Plastikteil drin, hier bricht nichts ab innen drin. Da kann man dran rütteln und wackeln, man kann es auch über die Bühnenkante ziehen. Wenn man das möchte, da bricht nichts so leicht ab. Das ist das, was Audio-Techniker unter Bühnenmikrofonen versteht. Schaut mal rein in eure Mikrofone oder die, die man sonst so sieht und ihr werdet sehen, dass es da doch große Unterschiede geben kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist das, was du, 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 was 2 Heaven and hell, they're both inside of me, you see. Heaven and hell, they're both inside of me, you see.